So bekommst du eine Freundin, mein Lieber, der 5-Schritte-Plan, garantiert, ich garantier's dir, mein Lieber, diese Folge des Freundin-Firten-Podcasts wird dir genau das geben, was du brauchst, kein Bullshit, kein Clickbait, nein, mein Lieber, ich garantier's dir, denn wir haben uns ganz genau überlegt, was machen die anderen, wenn sie dir Tipps geben, funktionieren diese Tipps, was sagen dann die Leute, sagen die, oh, das hat mir überhaupt nicht geholfen, okay, wir machen jetzt genau das, was dir hilft, wir werden dir nämlich exakt das geben, Schritt für Schritt, was du tun musst, um, selbst wenn du noch überhaupt keine Frauen triffst, eine Freundin zu bekommen, garantiert, kein Scheiß, hör dir die Folge bis zum Schluss an, herzlich willkommen, mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, wie du wirklich willst, das ist der Podcast für Männer mit Herz und herzlich willkommen, mein sehr geschätzter Kollege, unser Mindset-Experte Dominik Van Habe, der ebenfalls mit dabei ist heute. Yes, diese Folge ist für dich, wenn du das schon so lange versuchst, eine Freundin zu finden und bisher gar nicht weißt, was du tun sollst, dieser 5-Schritte-Plan ist exakt für dich, lass uns keine Zeit verschwenden, Andy, lass uns direkt reinspringen. 5-Schritte zu einer Partnerin Also haben wir uns gesagt, wir möchten einen sehr realistischen Plan für dich aufsetzen, ein Leitfaden, dem du auch wirklich folgen kannst. Völlig egal, ob du schon mit Frauen sprichst, ob du noch bei der einen Frau noch komplett in der Freundschaftszone bist oder ob du seit 20 Jahren in einer vergebenen Beziehung warst, die jetzt gerade in die Brüche gegangen ist und du hast überhaupt keinen Plan, wie du jetzt wieder bei Punkt 0 beginnen sollst. Da wollen wir ansetzen und das ist viel relevanter und wichtiger, denke ich, als irgendein utopischer Plan, der dir vielleicht jetzt gerade überhaupt nichts nützt, weil du noch nicht so weit bist. Also, womit fangen wir an? Der erste Schritt, mein Lieber, ist der, auf den du dich wirklich einmal gedanklich einlassen darfst und der ist sehr schön, der ist super. Es macht Freude, es macht Spaß, dich in diesem Schritt aufzuhalten, weil es geht nicht um Ergebnisse, es geht nicht darum, dass du irgendeinen Druck dir selber machst, dass du jetzt schon von Frauen irgendwelche Resultate brauchst oder dir selber dann den Druck machst, dass diese Resultate jetzt schon in irgendeiner Weise zu sehen sein müssten, sondern es geht darum, einfach Spaß mit deinen Mitmenschen zu haben. Das erste Ziel, der erste Schritt ist, dass deine Arbeitskollegen und deine Freunde signifikant mehr lachen, wenn du dabei bist und deine Nähe suchen. Was heißt das? Heißt das über dich lachen? Nein, das meine ich nicht damit. Ich meine damit, dass du den Draht dazu entwickelst, andere zum Lachen zu bringen. Und zwar die Menschen, mit denen du dich sowieso schon umgibst. Deine Freunde, deine Arbeitskollegen, besonders auf der Arbeit, dass deine Arbeitskollegen einfach mehr lachen und deine Nähe suchen. Dass wenn sie mal zusammen irgendwo stehen und du betrittst den Raum und sie stehen da in einem Kreis, dass sie dann sagen, ach Michael, komm mal her. Und dann stellt sie dich dazu und du fühlst dich willkommen. Sie suchen deine Nähe, sie möchten, dass du mehr dabei bist. Und dieser Schritt, der wird meistens von allen Leuten erst mal übersprungen, weil sie sagen, ja, das hat doch überhaupt nichts mit Frauen zu tun. Warum sollte ich das machen? Was bringt mir das? Ja, ich scherze doch schon ab und zu. Oder soll ich jetzt ein Clown sein oder so? Ja. Soll ich jetzt irgendwie die Witze-Kanone sein hier die ganze Zeit und Sprüche auswendig lernen? Ja, aber ganz ehrlich, das ist der größte Knackpunkt am Anfang und den sehen wir so häufig. Bei uns in der Flirtmasterclass aus gutem Grund sind die ersten drei Wochen dem Flirten gewidmet, dem Bilden von emotionalem Wert, sodass genau dieses Ziel auch erreicht wird. Sodass du auch mit deinen Mitmenschen einfach eine entspannte, leichtherzige Atmosphäre erschaffen kannst aus dem Nichts, weil du jetzt der Impulsgeber bist für diese Leichtigkeit. Und das fehlt uns. Wenn wir es nicht hinkriegen mit Frauen, dann liegt das nicht daran, dass wir ein Problem mit Frauen haben. Dann liegt es daran, dass wir ein Problem haben, unsere eigenen Gedanken frei fließen zu lassen und Spaß mit unseren eigenen Gedanken zu haben. Wir filtern uns, wir zensieren uns, wir sagen, das ist nicht gut genug, damit störe ich die anderen, das ist nicht interessant genug und, und, und. Wir meinen, wir können Gedanken lesen und das können wir einfach nicht. Und diesen Schritt erstmal zu überspringen, nicht zu überspringen, Entschuldigung, diesen Schritt erstmal zu überkommen, also zu schaffen, dass du derjenige bist, der eine lustige Atmosphäre erschafft, ist so wichtig. So wichtig für dein eigenes Selbstbewusstsein, so wichtig dafür, dass du diese Gewohnheiten, die du bisher hattest, des Verkopftseins und alles nochmal in Frage stellens und jeden glücklich machen wollens, ist, dass du die in etwas Produktives umwandelst. Du kannst nicht alle Leute gleichzeitig glücklich machen, wenn du alle versuchst, wenn du versuchst, niemandem vor den Kopf zu stoßen. Du kannst nicht alle Menschen glücklich machen. Und das Schlimme ist, das sehen wir so häufig bei diesen Männern, die sich bei uns melden, Männer mit Herz, sie wollen andere so um sich herum ständig glücklich machen, dass sie ihr eigenes Glück außer Acht lassen und sagen, ja, ich, ich, es geht gerade noch nicht um mich. Die erlauben sich nicht, die Freiheit, selber Spaß zu haben an einer sozialen Interaktion. Es geht immer darum, andere glücklich zu machen. Dazu gehört ja, also andere Menschen zum Lachen zu bringen oder beziehungsweise, also lass uns mal den Fokus gerade weglegen von anderen Menschen zum Lachen zu bringen, sondern mehr so, also von anderen Menschen weg, mehr zu dir. Weil wir glauben, wir glauben ja eigentlich, dass wir, also wenn wir aus dieser Ecke kommen, wo wir gerade das Problem haben, irgendwie so, wir finden keine, keine tolle Freundin oder keine Frau, die, die, ähm, oder trauen uns halt nicht, irgendwie auf Frauen zu ziehen. So, dann kommen wir aus der Ecke und wir denken so, wir denken ja so schon so viel an, an die andere Person, aber eigentlich, und auch damit irgendwie an die Frau, aber eigentlich tun wir das nicht. Wir denken eigentlich die ganze Zeit nur an uns selbst und an unsere eigene Angst und finden dann Gründe, unser Ego ist sehr gut da drin, diese Gründe zu finden, im Außen. Ja, du möchtest sie ja nicht stören, also ich will ja bestimmt nicht gestört werden. Oder die, meine Kollegen finden das bestimmt nicht witzig. So, wir glauben, dass wir da mit den Gedanken bei dem anderen sind, aber sind wir nicht. Wir sind mit den Gedanken bei uns, weil das ja unsere Angst ist. So, würden wir mit den Gedanken bei den anderen sein, würden wir dafür sorgen so und, und, und wahrnehmen, ach, guck mal, die, äh, meine Kollegen haben irgendwie gerade hier einen anstrengenden, anstrengenden Tag hier schon, ist gerade Mittagspause und die haben jetzt schon einen anstrengenden Tag. Ich hebe mal ein bisschen die Stimmung an für uns alle. und, und mach mal, mach mal irgendwie, sag mal, was witzig ist gerade hier, was mir gerade so durch den Kopf geht. Ja. Und gerade das ist ja mit den Gedanken bei den anderen sein. Und, ähm, die, dafür müssen wir halt auch die Bereitschaft haben, auch gesehen zu werden. Und das ist das, was wir halt dann hauptsächlich nicht machen, wenn wir aus, aus dieser, aus dieser, aus dieser Ecke kommen. Also Männer, Männer mit Herz, Männer, denen wir, denen wir helfen, ähm, die kommen entsprechend aus, aus der, aus der Ecke, dass sie nicht gesehen werden wollen. Also übertragen, metaphorisch ausgesprochen, äh, betreten sie einen Raum und huschen durch und möchten nicht gesehen werden. Möchten aber eigentlich gesehen werden, aber möchten es auch wiederum nicht, weil wenn sie gesehen wollen, gesehen werden würden, dann hätten sie ja irgendeine Form von Verantwortung und müssten plötzlich etwas tun, was sie nicht gewohnt sind. Und da kommt wieder Stress und damit kommt Angst, ähm, dass sie diese Situation nicht gut überstehen oder nicht gut genug machen. Und damit, drunter liegend, ist dann das große Problem, nicht gut genug sein. Und das überkommen wir, genau dieses Problem, halt mit diesem ersten Schritt. Wenn wir es schaffen, Menschen zum Lachen zu bringen, also den emotionalen Wert zu erhöhen, dann lernen wir automatisch Selbstbewusstsein damit. Und Selbstbewusstsein ist halt nicht etwas, was wir im stillen Kämmerchen lernen. Dass der Mensch wird zum Selbst, indem er, oder beziehungsweise der Mensch wird, bildet sein Selbstbewusstsein immer und ausschließlich im Kontakt mit anderen Menschen. Das kannst du nicht mit dir selber machen. Und das ist so kontraintuitiv und klingt so paradox. Aber würden wir, also wir sehen das ja, wir sehen das ja bei den Menschen, die halt, die halt, äh, sich nicht mit anderen Menschen austauschen. Diese Menschen sind nicht selbstbewusst. Wir, wir sehen das, diese Menschen haben maximal, äh, krassen Stolz, so, und, und vergleichen sich da mit anderen und sagen, der, der und der ist doof und ich bin viel besser, sagen sie halt damit. Immer wenn wir mit dem Finger auf jemand anderen zeigen, zeigen wir halt damit auch auf uns. oder sind, sind depressiv und denken, dass sie halt so überhaupt gar nichts wert sind und so weiter. Das ist alles Ego. Das ist alles mit den Gedanken bei sich sein. Aber Selbstbewusstsein bedeutet, das Gesamte, also die gesamte Gruppe im Bild zu haben. Das ist Selbstbewusstsein. Das klingt so paradox, aber genau das bedeutet es. Weil du immer nur, ähm, also der, der Religionsphilosoph Martin Buber hat schon vor, ich glaube, 80 Jahren gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Wir brauchen den anderen Menschen. Und damit brauchen wir halt auch, oder, um Selbstbewusstsein auszustrahlen, ähm, und Selbstbewusstsein zu lernen und damit halt auch die nächsten Schritte erfolgreich zu bestehen. Dafür ist es halt ganz wichtig, dass wir lernen, was eigentlich unser Humor ist. Was, was unser Charisma, unser Flirttyp auch entsprechend damit ist. und damit am anderen Menschen, an der Gruppe, an den Menschen, bei denen wir uns schon ein bisschen wohler fühlen, zu lernen, ähm, was ist eigentlich, so, was ist mein Humor-Typ? So, was, was funktioniert gerade hier für mich? Wie kann ich, wie kann ich anderen Menschen dabei helfen, ähm, einen besseren Tag zu haben? Den Raum besser verlassen, als ich ihn betreten habe. Also halt nicht nur, dass ich mich besser fühle, sondern alle in dem Raum sich besser fühlen. Dass die anderen sich dadurch besser fühlen, genau. Und du hast ja vorhin den Begriff Ego verwendet und so häufig führe ich diese Gespräche mit Männern, die, die sagen, ja, ich kann, ich komme bei den Frauen einfach nicht so krass an, wie jetzt irgendwie dieser eine Kollege von mir. Ich habe den immer wieder gesehen, ich weiß nicht, was der macht, aber der sagt dann was und dann fangen alle Frauen an zu lachen und, und wollen seine Nähe haben, wollen in seiner Nähe sich aufhalten. Und, ähm, und dann kommen wir irgendwann dazu, dass das, was der Kollege vielleicht manchmal sagt oder macht, äh, sind Witze oder sind Anmerkungen, die er selber sagt, das würde ich niemals sagen, damit, damit stürzt ich hier vor den Kopf, das ist doch asozial, das ist doch irgendwie respektlos oder sonst irgendwas. So, das müssen keine Beleidigungen sein. Wir reden hier von ganz simplen kleinen Flirts, ne? Ähm, aber das sind die Momente, wo ganz klar wird, wo er sagt, ich bin ein Mann, der, der, der macht Frauen nicht fertig, der behandelt Frauen mit Respekt. So, das ist diese Selbstwahrnehmung, das ist das Ego, das, das diesem Mann dann sagt, ja, ja, ich bin ja nicht so einer, wie dieser Typ da hinten, sondern ich behandle Frauen ja mit Respekt. Ähm, und dann schafft der andere es aber, die Frau zum Lachen zu bringen. Und dann frage ich diesen Mann dann immer, okay, aber dieser Mann hat es geschafft, die Frau zum Lachen zu bringen. Das heißt, offensichtlich gefällt ihr, was sie gerade hört. Sie mag es, in seiner Nähe zu sein. Also, wer ist gerade ein besserer Mensch für sie? Derjenige, der sich zurückhält und sagt, nee, 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 ich bin total respektvoll und deswegen bringe ich sie nicht zum Lachen. Oder derjenige, der irgendwie einen Zugang findet, um sie zum Lachen zu bringen, um ihr positive Emotionen zu schenken. Wer von beiden ist gerade effektiv ein besserer Mensch für diese Frau? Ja, gut, ja, irgendwie. So, immer dasselbe, immer dasselbe. Es ist aber das Selbstbild, das uns dann davor abhält, das zu tun, was frei fließen kann. Es ist nicht so, dass du ein respektvoller Mensch bist. Es ist so, dass du ein verkopfter Mensch bist. Und du hast diese ganzen Regeln, die du gelernt hast, von Mama und von ihren Eltern und von irgendwelchen anderen Respektspersonen, die gesagt haben, mach das nicht, tu das nicht, das darf man nicht. Und du denkst irgendwie, okay, 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 um ein guter kleiner Junge zu sein, darf ich das nicht, macht man das nicht und tut man das nicht. Das ist nicht respektvoll. Respektvoll ist, wenn du wirklich die Emotionen der anderen anerkennst, empathisch und sagst, was braucht diese Person gerade? Braucht die, dass ich einen Scherz mache oder braucht die, dass ich gut zuhöre, braucht die, dass ich in die Tiefe gehe, dass ich Interesse habe? Was braucht diese Person gerade? Weil manchmal braucht eine Person Nähe. Manchmal musst du sie in den Arm nehmen. Also umarmen, körperlichen Kontakt aufbauen. Manchmal braucht diese Person Interesse, dass du dich einfach nur für jeden Tag interessierst, mal zuhörst. Manchmal braucht diese Person, dass du sie zum Lachen bringst. Und respektvoll ist es, diese Bedürfnisse zu erkennen und dann auch mal für den Menschen da zu sein, wie du gesagt hast, Dominik. Das können wir nicht, wenn wir so in unserem eigenen Kopf gefangen sind und sagen, nein, 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 es geht nur um mich. Ich will die ganze Zeit mein Selbstbildnis bewahren und ich darf nicht das, ich darf nicht das, ich darf nicht das. Aber gut, dann darfst du kein guter Mensch sein. Das macht doch gar keinen Sinn, Jungs. Und du wirst sehen, das funktioniert dann auch nicht in der Beziehung. Weil auch, also ich bin jetzt seit zehn Jahren mit meiner Partnerin zusammen. Es würde nicht funktionieren, wenn ich jedes Mal einfach nur zuhöre, was sie zu sagen hat und respektvoll sie einfach nur ausreden lasse. Zum Beispiel. Ja, das mache ich natürlich die meiste Zeit oder weiß nicht, ob es die meiste Zeit ist, aber verdammt oft. Aber was ich auch verdammt oft mache, ist, dass ich dann irgendwann sie einfach zum Lachen bringe und ihre Gedanken wieder auf etwas Schönes ablenke, sodass sie lächelt, mich anstrahlt und mir dann sagt, ich liebe dich. Und das ist so viel toller, als wenn ich mir einfach nur alles anhören würde, mhm, okay, okay, ja, oh Mann, das ist echt doof. Oder sogar Lösungen findest für sie. Ja, also das ist ja die Go-To-Strategie für viele Männer. Okay, Frau hat ein Problem. Ich bin der Mann, ich finde Lösungen. In meinem männlichen Denken ist der schnellste Punkt von A nach B immer noch die gerade Linie. Und deswegen so, hier ist die Lösung. Du erzählst mir dein Problem, Frau. Hier ist die Lösung für dich. Warum liebst du mich nicht? So funktioniert das halt nicht. Weil damit sagen wir halt auch entsprechend, aber wir sind eigentlich noch gar nicht bei dem Punkt, das ist jetzt gerade noch so ein bisschen Meta. Damit sagen wir, dass die Frau halt ihre Probleme auch nicht lösen kann. Aber auch entsprechend, sie möchte wahrscheinlich auch gerade ihre Probleme nicht gelöst haben. Und das kennst du selber, dieses Phänomen. Es kommt einfach auf den Zeitpunkt an. Also manchmal ja, manchmal nein. Aber wir denken irgendwie, oh, ich bin der Mann, ich kann alle Probleme lösen. Das ist mein einziges Instrument. Das ist halt Quatsch. Genau. Und du kennst halt selber auch diese Situation, dass wenn du gerade irgendwie mit Freunden über was sprechen möchtest, gerade irgendwie, was gerade bei dir abgeht, gerade ist irgendwie was nicht so schön in deinem Leben und du möchtest gerade drüber sprechen und dann kommt plötzlich dein Kumpel um die Ecke mit einer Lösung. Aber du möchtest gerade keine Lösung. Du möchtest gerade irgendwie nur über das Problem sprechen. Das ist vollkommen okay. Das ist menschlich. Und das ist dann sehr störend. Und dann musst du halt irgendwie das Problem oder die Lösung annehmen dafür. Und um ihn nicht zu vergraulen oder was auch immer. Aber das ist gerade nicht das, was du haben möchtest von ihm. Sondern eigentlich nur, dass er dir zuhört und sagt, ja stimmt, scheiße. Und für die Männer, die so storisch sind und sich antrainiert haben, immer vorwärts zu gucken und nach Lösungen Ausschau zu halten und niemals inne zu halten und mal den Schmerz existieren zu lassen, das ist der Grund, warum unter anderem Frauen einfach viel länger leben als wir. Sie erkennen auch mal ihre Emotionen an, suchen nicht immer direkt nach Lösungen, sondern leben auch mal in der Emotionen. Das ist gesund. Das ist Integrieren von Emotionen. Und das ist wichtig. Natürlich sind Lösungen auch wichtig. Deswegen sagte ich, es ist weder das eine noch das andere immer richtig. Du solltest aber beides können und dich nicht versteifen. Versteifen bedeutet Ego. Ich bin das, ich bin das nicht. Das ist Quatsch. Du bist halt mehr als das. Damit du halt auch herausfindest, so was du, wer du eigentlich bist, so wo deine Mitte ist, wo deine goldene Mitte ist, damit du einfach auch weißt, wer du bist, dass du beides sein kannst, halt nicht in einen Extrem rüberfällst und sowas. Klick auf den Link in der Beschreibung. Dirtanalyse.de Schauen wir uns an und dann finden wir bei dir ganz genau heraus, wo bei dir genau das Hindernis liegt, was deine nächsten Schritte sind, damit du auch zu deinem Ziel kommst. Ob jetzt dein Ziel ist, entsprechende Freunde zu finden oder ob dein Ziel ist, irgendwie erstmal überhaupt die ersten Dates zu haben in deinem Leben. Dirtanalyse.de Schauen wir uns an. Genau. Der zweite Schritt, mein Lieber. Wenn du es jetzt schon schaffst, mit deinen Arbeitskollegen und deinen Freunden mehr zu lachen, sie mehr zum Lachen zu bringen, sie mehr deine Nähe suchen, dann geht es darum, dass du das Ganze auch bei deinen Arbeitskolleginnen und bei deinen Freundinnen schaffst. So, wenn du noch keine Freundinnen hast, das ist ein guter Zeitpunkt, um mehr platonische Freundinnen zu bekommen. Ja. Korrekt. Du darfst mit Frauen in der Friendzone sein. Wer hat gesagt, dass du das nicht darfst? Das liegt einzig und allein an einer Sache. Und zwar an dem Mindset, ich bin emotional abhängig. Die Männer, die emotional abhängig sind, die bei einer Frau niemals ihre Emotionen wirklich anerkennen, niemals sie zum Lachen bringen, sich selber die ganze Zeit Filter vorsetzen und sagen, das darf ich nicht, das sollte ich nicht, hiermit bin ich nicht interessant genug und so weiter, die sind emotional abhängig. Die sind abhängig von der Reaktion der Frau. Die wollen unbedingt, dass die Frau sie mag oder sie nicht abstößt und so weiter. Diese Männer, die fallen dann in die Friendzone bei der Frau. Und deswegen ist bei diesen Männern wichtig, dass man ihnen sagt, raus aus der Friendzone, Friendzone tut dir nicht gut. 100 Prozent. Aber bei denjenigen, die sich nicht filtern, die es schaffen, total leichtherzig und locker mal hier einen Spruch abzulassen und einfach nur die andere Person sich gut fühlen zu lassen in deiner Nähe, die darf und es wäre auch komplett verrückt, wenn diese Person nicht Freunde und weibliche Freundinnen hätte. Damit würdest du ja das abstoßen, was du von Natur aus anziehst, nämlich Interesse von Frauen. Du hast richtig gehört. Wenn du Frauen zum Lachen bringst, haben Frauen Interesse an dir. Und der nächste Schritt ist noch nicht, dass du sie dann eroberst, verführst, zur Freundin machst, sondern entspann dich. Der nächste Schritt ist, dass du einfach nur mehr Zeit mit ihnen verbringst. Und dabei darfst du auch mit ihnen befreundet sein. Ich habe viele weibliche Freundinnen, von denen ich mit manchen geschlafen habe und mit anderen nicht. vollkommen okay. Mit einigen war ich zuerst platonisch befreundet, dann haben wir miteinander geschlafen, mit anderen habe ich zuerst geschlafen und danach waren wir platonisch miteinander befreundet, mit anderen habe ich überhaupt nicht geschlafen. Das muss nicht immer mit Sex zu tun haben, wir können auch ganz einfach mal miteinander lachen und unsere gegenseitige Nähe genießen, ohne dass es irgendwas bedeutet. Diejenigen, die denken, es muss immer irgendwas bedeuten, da muss immer irgendwas passieren, das sind diejenigen, die emotional abhängig sind. Und deswegen klappt es eben auch nicht mit denen und den Frauen. Also bitte, die Männer, die sagen partout, grundsätzlich darfst du niemals Schwäche zeigen, musst immer wieder der Alpha sein und so weiter, musst bei Frauen anecken, musst ihnen sagen, wo es lang geht. Die haben keine Ahnung, die schaffen es nicht, Freundschaften zu halten, ich kenne diese Menschen, schaffen sie nicht, die schaffen es nicht, eine Beziehung zu halten, ja, ich kenne auch diese Männer, die schaffen es nicht, ja, 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 alle deine anderen Lieblingscoaches auf YouTube, die dir sagen, so und so musst du sein und die dir einfach ein bisschen mehr diese Alpha-Attitüde porträtieren, ja, die haben keine langfristigen glücklichen Beziehungen, ist so, ich kenne die meisten davon. Braucht keine Namen zu nennen, aber wenn du ein bisschen recherchierst, dann wirst du es bestimmt auch herausfinden, okay, ich weiß es halt auch aus erster Hand. Okay, mein Lieber, was machst du mit der Information? Hörst du dann weiterhin darauf, dass du krass, krass, krass sein musst oder erlaubst du es dir? Erlaubst du es dir? Hört sich das nicht auch grundsätzlich schöner an, sich selber es zu erlauben, einfach mehr Spaß, Leichtigkeit und Lockerheit mit deinen Mitmenschen zu haben und dann nicht jedes Mal zu sagen, okay, ist das eine Frau, ist das ein Mann, hier muss ich mich so verhalten, hier darf ich mich so verhalten, hier ist ein Kerl, da kann ich locker sein, hier ist eine Frau, hier muss ich mich anders verhalten. Alter Falter, dein ganzes Leben lang läufst du mit Masken auf dem Gesicht rum, so ein Stress, die ganze, oh, hier muss ich die Maske aufziehen, hier muss ich die Maske aufziehen. Jetzt ist die Gruppe hier gemischt, wie verhalte ich mich denn da? Oh Gott. Oh mein Gott. Das fühlt sich doch auch nicht gut an und außerdem, wenn du halt entsprechend viel mehr Freundinnen, platonische Freundinnen in deinem Leben hast, einfach generell, einfach auch gut so mit Männern, mit Frauen flirtest, einfach gut mit Menschen bist, dann wirst du auch einfach grundsätzlich besser mit Menschen, du wirst besser flirten und dann wirst du auch, also es ist etwas, was du wieder in dir oder in dir wiederentdeckst, so formuliert man das, es ist, was du in dir wiederentdeckst, was du halt schon aus deiner Kindheit, aus dem Kindergarten kennst, wo du halt einfach ganz automatisch aneckst, wo du ganz spielerisch auch dann einfach bist und das ist genau das, was spannend ist, jemand, der halt so einfach auch dann einfach isst, also nicht isst wie essen, sondern sein, sein, existiert, genau und völlig okay mit sich ist und das ist ganz selten, das ist so, das ist so, gerade im deutschsprachigen Raum, das ist so selten, wenn jemand einfach, einfach ohne Zwänge Spaß haben kann. Es ist unglaublich, also die Teilnehmer, also unsere Teilnehmer sind auch gerade in einer Charisma-Challenge, einige davon und eine der Aufgaben ist es, einfach mal zum Beispiel in den Club zu gehen und also die Aufgabe hat noch einige Schritte davor, deswegen ist es halt nicht so einfach, in den Club zu gehen und an dem Abend sich halt nicht darum zu kümmern, irgendwelche Frauen kennenzulernen, irgendwie ganz besonders krass zu sein oder was auch immer, sondern derjenige zu sein, der den meisten Spaß an dem Abend hat. Zwei Stunden lang auf der Tanzfläche zu sein und bescheuert tanzen und das ist für viele eine sehr große Hürde, weil okay, dann werde ich ja die ganze Zeit gesehen, aber mach das mal, sei mal einfach nur auf der Tanzfläche und hab einfach den Spaß deines Lebens, du wirst sehen, du wirst keine zwei Stunden alleine bleiben, du wirst sehen, dass plötzlich erstmal Menschen dir Platz machen, weil sie sehen, dass du am meisten Spaß hast und sie nicht deinen Spaß stören möchten und dann wirst du sehen, dass immer mehr Frauen zu dir kommen, mehr Frauen sich in deine Nähe stellen, dann holst du dir vielleicht kurz ein Wasser an der Bar und plötzlich siehst du, dass die Frau, die Gruppe von drei Mädels, die vorhin auch auf der Tanzfläche waren und bei dir in der Nähe getanzt haben, jetzt plötzlich auch bei dir in der Nähe an der Bar stehen, hm, Zufall, nein, so, das ist, du bist dann automatisch der Magnet, weil du einfach mit mehr Menschen Spaß hast, weil du mit dir mehr Spaß hast, du bist mit dir viel mehr im Reinen, anstatt dir eine Maske aufzusetzen und wie auch immer, eine Rolle zu spielen, die du halt einfach nicht bist. Ja, wir alle kennen doch das, das, das Sprichwort, wenn du Single bist, dann will keine Frau was mit dir wissen, wenn du vergeben bist, dann rennen sie dir auf einmal alle hinterher, so, überspitzt gesagt, schon mal gehört, ne, vielleicht hast du die Erfahrung auch mal gemacht. Warum ist das so? Warum ist es so, dass wenn du vergeben bist, auf einmal Frauen das Interesse an dir haben? Jetzt könntest du natürlich die Schuld bei den Frauen suchen, ja, ja, die Frauen, die sind böser. Nein, nein, es liegt daran, dass du weniger Druck verspürst, weil du schon eine Freundin hast und dann verhältst du dich mit weniger Masken, du verhältst dich einfach authentischer, bist lockerer bei Frauen und das finden die attraktiv. So, wenn du das kannst, wenn du in einer Beziehung bist, dann lass uns das doch auch schon anstreben, wenn wir noch nicht in einer Beziehung sind. Diese Masken abzulegen, locker zu sein, leichter zu sein, andere zum Lachen zu bringen und dich gut in deiner Haut zu fühlen. Das lässt sich lernen. Wie Dominik gesagt hat, Flirt-Typ und Charisma-Analyse ist unser kostenloses Angebot, einmal dein Flirt-Typ herauszufinden, dein Charisma-Potenzial einmal genau von Experten analysieren zu lassen und dann den Leitfaden zu bekommen, wie du das in den nächsten zehn Wochen schaffst, eine Freundin auch zu erobern und zwar in deinem Umfeld. Nicht in irgendwelchen verrückten Vier-Tages-Workshops, sondern in deinem ganz normalen Umfeld, da wo du lebst, in deinem ganz normalen Tagesrhythmus. Natürlich, Moment, nicht in deinem Tagesrhythmus, weil du sollst bereit sein, auch wirklich etwas zu tun und neue Gewohnheiten zu etablieren. Also, wenn ich dir sagen würde, das ist gar kein Problem, das schaffst du, fünf Minuten Zeitinvestment am Tag, dann würde ich lügen. Das ist nicht so. Wir sprechen hier von neuen Gewohnheiten. Wir sprechen hier davon, von Selbstbewusstseins destruktiven Gewohnheiten, die du bisher hattest, zu ersetzen durch Selbstbewusstseins fördernde Gewohnheiten und die bauen halt Stück für Stück aufeinander auf. Kleine Gewohnheiten, neue Gewohnheiten, so wie wir sie jetzt gerade erklärt haben, andere Leute zum Lachen bringen. Wie du das genau machst, also wie du zum Beispiel deinen Humor einsetzt, dazu machen wir halt ganz individuell deinen Flirttyp, deinen Humortyp. Dazu darfst du Flirtelemente lernen. Das ist wie ein Instrument zu lernen. Da gibt es verschiedene Noten, die muss man erstmal verstehen, wie spielt man diese Noten auf dem Instrument und wenn du das gelernt hast, dann kannst du wild umherspielen, kannst deine eigenen Songs kreieren und so funktioniert es auch mit dem Flirten. Wenn du gewisse Flirtelemente verstanden hast, wie sie funktionieren, Beispiele kennst, dann funktioniert es auch. Ja, also www.flirtanalyse.de Wir zeigen dir das und da bekommst du auch deinen kostenlosen Leitfaden. Der nächste Schritt, mein Lieber, ist, dass du mit den Frauen, mit denen du dann auch sprichst, mit denen du dann vielleicht auch schreibst, dass du mit denen nicht ewig im Blabla-Land versinkst, sondern konkret Treffen ausmachst. Schritt Nummer drei, Treffen ausmachen. Das ist, das hört sich so simpel an, aber ihr vergesst das halt ständig. Ihr zieht es nicht durch. Macht es dann nicht. Weil natürlich auch da wieder dann die Angst kommt, boah, ich könnte sie vor den Kopf stoßen und jetzt hat sie schon gesagt, dass sie an dem Tag nicht kann. Jetzt, keine Ahnung, soll ich jetzt nochmal ein Angebot machen? Wie schreibe ich das jetzt? Und so weiter und so fort. Die Männer, die es schaffen, konkrete Dates auszumachen, Treffen auszumachen mit Frauen, mit denen kann dann auch auf dem Treffen was passieren. Diejenigen, die sich davor sträuben, da wird einfach nichts passieren. Und es passiert so häufig, dass ich mit Frauen rede, die sagen, ja, ich habe jetzt schon ewig mit diesem einen Kerl rumgeschrieben, aber irgendwie so, wir schreiben halt nur. Okay, und dann könntest du jetzt sagen, ja, dann soll sie doch mal das Treffen vorschlagen. Mein Lieber, wenn du zehn Kerle, die Interesse an dir haben, um dich herum hast, warum solltest du dann bei allen die Arbeit komplett erledigen? Das ist doch klar, dass du dann irgendwann die Arbeit delegierst. Also so führt man auch ein Unternehmen. Du kannst nicht alles, alles selber machen. Du musst auch darauf vertrauen, dass deine Mitarbeiter, dass dein Team, dass die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, in diesem Flirt arbeitet, Mann und Frau zusammen, dass die auch etwas erledigen. Und vor allem ihre Rolle ausfüllen. Keine Sorge, die Frau übernimmt auch sau viel. Genau, und ihre Rolle auch ausfüllen. Keine Sorge, die Frau, die macht sehr viel, die macht schon genug, die tut sehr viel. Nicht alle Frauen, manche tun auch zu wenig, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber die Frauen, in denen du wahrscheinlich Interesse hast, mein Lieber, die intelligent sind, die irgendwas anderes haben, die vielleicht, manche von ihnen sind künstlerisch begabt, andere von ihnen sind sehr sportlich, andere sind sehr zielstrebig, andere haben sehr viele Werte, die sich eindeutig in ihren Hobbys und in ihrer Familie zeigen, weil sie zum Beispiel sehr sozial engagiert ist. Diese Arten von Menschen, mit denen wir auch befreundet sein würden, weil wir sie einfach tolle Menschen finden, weil wir finden, das sind tolle Menschen. Diese Menschen, die gibt es auf beiden Seiten des Spektrums. Okay? Auf allen Seiten des Spektrums. Und bei denen ist halt auch oft mit Angst zu rechnen, die du genauso hast. Die Angst, einen Fehler zu machen, die Angst, irgendwie zu forsch zu sein. Und die hat sie noch mehr, wenn es darum geht, ein Treffen auszumachen. Es ist jetzt nun mal einfach so, dass seit über tausend Jahren, seit mehreren tausend Jahren, auch viel länger eigentlich, die Frauen klassisch nicht die Rolle hatten, den Mann auf ein Date auszufragen. Okay? So, das kriegst du nicht einfach so schnell in einer Generation aus dem Kopf raus. Das ist noch irgendwo da. Manche sind progressiver, manche sind da wie noch schon fortschrittlicher, aber das einfach so auszuschalten, ist nicht so leicht und haben wir ja noch nicht geschafft. Also müssen wir auch nicht so tun, als hätten wir es geschafft. Es wird nach wie vor auch erwartet. Ja, klar. Ich sage nur noch diesen Einsatz. Es wird nach wie vor erwartet, dass du ein Treffen ausmachst. Okay? Diese Impulse, die liegen am Mann. Ich mache dabei immer wieder den Vergleich beim Tanz, beim Paartanz. Da sind die Rollen ganz klar. Der Mann führt, setzt dadurch kleine, simple Impulse. Spin, hier lang, nächster Move. Das heißt nicht, dass er Alpha ist oder sie dominiert. Das heißt einfach nur, dass er die simple kleinen Impulse gibt. Das sind Vorschläge und die Frau ist dankbar für diese Vorschläge und wenn du tanzen kannst, dann weißt du auch, dass Frauen immer lieber mit Männern tanzen, die gut tanzen können, weil sie gut führen können. Das sagen alle Frauen, die tanzen. Die sagen, er kann sehr gut führen und dann tanzen sie gerne mit ihm, weil dann sind da keine Verwirrungen. Dann ist sie nicht, was will der denn jetzt? Was ist denn das für ein Move? Sondern es fließt einfach mehr. Es ist sehr angenehm für beide. Okay, ja, Dominik. Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Aber das macht nichts. Denn der Punkt, den du auch vorhin noch genannt hast, sie soll ja auch den Schritt machen und so weiter oder beziehungsweise noch davor. Sie traut sich ja halt auch nicht. Und sie hat ja genauso die Bammel wie du. Und wir zerdenken diese Sache halt so oft und so oft sagen Männer dann so irgendwie oder wir sagen den Männer dann, okay, das Gespräch läuft ja gut. Sie zeigen uns dann irgendwie Chat-Ausschnitte. Das Gespräch läuft ja gut. Warum hast du sie denn noch nicht zum Date eingeladen? Ach, habe ich vergessen. Oder sie sprechen mit einer Frau auf der Straße und dann so, ja, oh, habe ich gar nicht daran gedacht. Und das ist so, das stimmt nicht. Du hast halt schon daran gedacht und dann halt deinen Stresspegel übernommen und du wolltest die Situation einfach nur überstehen. Und das unterliegt dem großen Glauben von lieber der Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Also lieber habe ich hier das nette, lauwarme Gespräch, als dass ich jetzt was riskiere und sie verliere. So, das Gespräch läuft halt gut. Ja. So, sie antwortet, sie antwortet mir, mir ja zwar gerade und wenn ich sie jetzt, genau, ich will das, genau, ich will mich verkacken und wenn ich jetzt irgendwie hier was, hier was probiere, dann könnte es ja sein, dass sie, dass sie dann Nein sagt und dann, dann ist dieses nette Gespräch, die, die, die Gelegenheit weg. Und das ist, das ist so, als würdest du, als würdest du dir ein Los kaufen für Lotto, also würdest du Lotto spielen und dir ein Los kaufen, das würdest du dir am Montag kaufen und am Samstag ist die Ziehung und du bist halt so und du denkst halt die ganze Woche drüber nach so, boah, wie geil wäre das, jetzt irgendwie was zu gewinnen mit diesem Los und dann malst du dir so aus, was du dir, was du mit diesem Gewinn machen würdest und dann kommt Samstag die, die Lottoziehung, aber dann schaltest du nicht ein, weil es könnte ja sein, dass deine Zahl nicht gezogen wird und du denkst so, und du wirst jetzt denken so, aber wer macht das denn? So, hier ist eine Geschichte, wahre Geschichte. Meine Freundin hat mir, hat mir letztens gezeigt, ich habe übrigens von meiner Bank, bekomme ich immer so ein Los und da kann ich, habe ich einmal im Monat die Chance ein Auto zu gewinnen und dann zeigt sie mir so eine PDF mit ganz, also mit hunderten Losnummern, das ist Schriftgröße 4, auf einer DIN A4 Seite, Schriftgröße, also kaum zu erkennen, hunderte Losnummern, die alle in den letzten Monaten und Jahren nicht, also die gezogen wurden und nicht zur Bank gegangen sind, um ihr Auto einzulösen. Hunderte, die kaufen, die kaufen sich aber dieses Los. Das Los kostet zwischen 15 und irgendwas bei 75 Euro, also 15 für einmal und 75 für mehrere, mehrere Jungen. Und wie kann das sein? Ja, Mann, das ist so heftig. Hier, wir haben doch die Geschichte vom Tobias, dieser Mann hier, haben wir auch schon erzählt. Dieser Mann war mit einer Frau so, so, so eng, also die haben so viel Zeit miteinander verbracht, die haben so viel Zeit zusammen miteinander verbracht, sie hat sich auch immer wieder an ihn gekuschelt, haben Filme geguckt, stundenlang lag sie dann da auf seinen Schultern oder auf dem Schoß und aber er hat sich die ganze Zeit gefragt, warum geht es nicht vorwärts, warum passiert dann nicht mehr? Und dann wollte er ein klärendes Gespräch mit ihr haben. Immer wieder diese klärenden Gespräche, mein Lieber, wenn du ein klärendes Gespräch brauchst, dann in 90% der Fällen hast du schon so viele Sachen falsch gemacht davor und es nicht bei ihr lag, sondern daran, dass du dich selber zensiert hast, gefiltert hast und nicht das gemacht hast, was einfach frei aus dir rausgeflossen wäre. So, er hat dieses klärende Gespräch aus ihr gesucht und gesagt, ja, aber irgendwie passiert nichts zwischen uns und irgendwie, ich stelle mir mehr vor und so weiter und so fort und ich weiß nicht, ob du das willst, blablabla. Sie hat ihm gesagt, ja, warum küsst du mich denn nicht mal? Seine Antwort darauf, ja, äh, aber, also, aber, nee, hä, das ist doch, nee, so geht das doch nicht. So geht das doch nicht. Sie sagt dir exakt, was du machen darfst. Sie gibt dir die Erlaubnis, es jetzt zu tun und du sagst dir, ja, aber das geht doch nicht. Das ist exakt dasselbe. Du hast das gewinnbringende Lotto los auf der Hand, die Zahlen werden gerade dir vorgelesen und du sagst, ah nee, das kann ja nicht sein, dass ich gewonnen habe und zerknüllst es und schmeißt es weg. Das machen super viele Männer auch in der Liebe, ist verrückt. Aber wie du siehst, er war im Coaching, jetzt geht es ihm besser, jetzt haben die zusammen und es ist nicht dieselbe Frau. Zum Glück sitzt eine andere Frau, ne, diese Frau, ähm, seine Kindheitsliebe, die er da kennengelernt hat, hat er während Corona, haben die beiden während dem Coaching miteinander telefoniert und er hat das gemacht, was er bei uns gelernt hat, hat mit ihr geflirtet, der hat sie zum Lachen gebracht und verrückt, er war verknallt in sie, als die beiden noch irgendwie zehn Jahre alt waren oder sowas und waren die öfters irgendwie auch zu Urlauben zusammen. Die Eltern haben die gemeinsam zu Urlauben gebracht, also zwei Familien und dann haben die ein bisschen Kontakt verloren untereinander und, äh, und dann hat er, hat er sie einfach mal wieder kontaktiert während Corona, weil, was soll man sonst machen, wenn einem langweilig ist und man nur zu Hause hockt. Boom, alles angewendet, was er bei uns gelernt hat und jetzt haben die beiden zwei Kinder und sind glücklich zusammen. Das kann passieren, mein Lieber. Er hat dann nicht nur sie zum Lachen gebracht, er hat dann auch das Treffen organisiert und er hat sie auch geküsst und er hat noch mehr mit ihr angestellt, sonst wären die Kinder nicht da. So, wollen wir zum vierten Schritt kommen? Okay, vierter Schritt, mein Lieber. Wenn du konkretes Treffen ausgemacht hast, dann ist der vierte Schritt, dass du mehrere Treffen ausmachst und diese Treffen dürfen dann auch Dates sein. Im besten Fall datest du sogar unterschiedliche Frauen, weil noch hast du dich nicht verpflichtet, noch bist du nicht vergeben, noch triffst du dich einfach nur mit Menschen. und das ist ein klarer Unterschied zum Fremdgehen in einer Beziehung. Wir alle sind derselben Meinung, Fremdgehen, No-Go. Aber ihr seid noch nicht zusammen und das ist klar, das muss dir klar sein, dass ihr noch in der Beschnupperungsphase seid. Der Mann, der nur eine Bewerbung für einen Job rausschickt und dann frustriert ist, dass er den Job nicht bekommen hat, ist 1000% selber schuld. Man bewirbt sich immer bei mehreren Arbeitgebern und dann klappt es halt bei manchen und dann sucht man sich den besten Arbeitgeber raus. Nur so, alles andere ist komplette Zeitverschwendung und du machst dir was vor, wenn du sagst, ja, aber was wäre, wenn es bei dieser einen klappt? Es kann auch bei dieser einen klappen, aber du machst es dir selber so viel schwerer, weil du machst dich, du begibst dich freiwillig in eine abhängige Situation, wo du unbedingt Resultate bei ihr brauchst und das tut einfach deinem Selbstbewusstsein nicht gut. Es ist einfach gesünder für dich, für sie, für alle, wenn du Optionen hast und aus dieser Freiheit heraus dann dich für die Richtige Und was ist, wenn sie fragt? Was ist, wenn sie fragt? triffst du auch andere Frauen? Dann musst du ja schnell etwas erfinden. Genauso wie beim Bewerbungsgespräch, wenn die Frage kommt, haben sie sich noch bei anderen Firmen beworben? Also, ja, natürlich und das weiß halt aber auch jede Firma. die Frage, wenn ein Personaler dir diese Frage stellt, dann ist diese Frage wahrscheinlich eher, um herauszufinden, ob du gerade lügst. So, weil natürlich bewirbst du dich für andere Firmen. Und genau so ist es halt da an der Stelle halt auch so der Punkt von, so, natürlich treffe ich mich noch mit anderen Frauen. Das ist, also, bis zu diesem Zeitpunkt, also bis zu Schritt 4, bist du halt schon so sozial, dass du halt ständig mit Menschen in Kontakt trittst. Du bist so charismatisch und beliebt geworden mittlerweile, dass es für dich normal ist, Menschen zu treffen und damit auch entsprechend Dates mit Frauen zu haben, das ist vollkommen normal für dich und das ist halt dann nichts irgendwie was Beschämendes für dich mehr, sondern so, also, dass du halt irgendwie jetzt irgendwie ihr was vorspielen musst beschämend in dem Sinne von so, ich muss ihr das vorspielen, dass sie die wichtigste Person für mich ist. Weil diese Falle, die betrittst du halt nicht mehr. Das ist der gleiche Gedanke wie, so, ich sehe die Frau auf der Straße und jetzt muss ich irgendwie das perfekte Kompliment haben, den perfekten Spruch haben, damit, das muss auf jeden Fall klappen, ich darf sie nicht verlieren und das ist halt genau der gleiche Gedanke, ich darf sie nicht verlieren, ich darf auf dem Date nichts Falsches sagen und das ist auch genau der gleiche Gedanke oder der gleiche Grund, warum du nicht weißt, was du sagen sollst, wenn du mit der Frau sprichst, weil du dich zensierst, du denkst, irgendetwas, was du tust in deinem Leben ist falsch und sie als Richterin darüber weiß, was richtig ist, was gut ist und bestimmt darüber und wenn du das Falsche sagst, dann wird sie dich abstoßen und damit bist du halt immer in der Bittstellerrolle, damit bist du der Bettler und das ist super unattraktiv, aber du bist derjenige mittlerweile, der einfach ganz normal, der auf Menschen zugeht, auf Frauen zugeht, mit Menschen in Kontakt tritt und du glaubst doch nicht im Ernst, dass wenn du eine Frau auf der Straße ansprichst und das mittlerweile halt super locker kannst und einfach locker mit ihr ein Gespräch führst und das einfach überleitet, das auf Telefonnummern austauschen, auf Date übergehen und so weiter, dass sie dann nicht auch checkt, so okay, das ist bei mir super leicht gegangen, natürlich ist der auch attraktiv für andere Frauen, so würde ja nicht jemand sprechen, der das gerade das erste Mal macht, also lass uns das hier in den Kontext bringen, du hast vielleicht jetzt gerade noch Probleme damit, das zu sehen, aber bis zu diesem Schritt hast du halt schon einiges gemacht und bist mittlerweile viel, viel offener im Geist. Du, wenn eine Frau dir diese Frage stellt, ich sage dir gleich noch was dazu, auch mit dem Szenario des potenziellen Arbeitgebers, der die Frage stellt, hast du dich noch woanders beworben? Wenn eine Frau dir diese Frage stellt, dann brauchst du einfach nur mit einem kleinen Witz zu antworten. Genau da sind wir wieder bei der Leichtigkeit und beim Flirten. Dann sagst du, oh gut, dass du es erwähnst, um sieben Uhr muss ich zurück, meine sieben Kinder warten auf mich von der zweiten Frau, von der dritten Frau, die, oh shit, da muss ich jetzt schon los. Mach daraus einen Witz. Mach einen Scherz daraus, dass du schon 99 andere Frauen heute getroffen hast und sie ist die hundertste und ihr müsst schnell machen, weil gleich ist die hunderte erste dran. Irgendeine Übertreibung, das ist annehmen und verdoppeln, eine der Flirtelemente, bitte schön, geschickt. Aber warum machen das die Arbeitgeber, wenn sie dich fragen, haben sie sich noch woanders beworben? Ich war früher Angestellter, jetzt bin ich selber Chef. Ich weiß, warum Arbeitgeber das fragen. Es ist nicht, weil sie wissen wollen, ob du dich fremd bewirbst. Das ist nicht der Grund. Ich sage dir ganz genau, was der Grund ist, warum ein Arbeitgeber fragt, ob du dich noch woanders beworben hast. Es ist, weil er selber gerade Angst bekommt, dich potenziell zu verlieren. Es ist, weil er denkt, oh, das ist ein guter Bewerber, kann ich den halten? Wo hat er sich denn noch beworben? Und er versucht so ein bisschen rauszuhören, welches Angebot hat er noch bekommen? Und er versucht reinzufühlen, ob du vielleicht die anderen Angebote sogar in Erwägung ziehst, annehmen würdest. So, das versucht er gerade. Der Arbeitgeber hat gerade Angst, dich zu verlieren und will abchecken, wie viel Gehalt er dir anbieten soll, wie viel er dir anbieten kann und so weiter und so fort, weil er dich nicht verlieren möchte. Das ist, was er gerade macht, wenn er fragt, haben sie sich noch woanders beworben? Das ist so ein bisschen, wie sieht es aus mit der Konkurrenz, er ist ab diesem Zeitpunkt schon längst interessiert an dir und das ist genauso der Vergleich zu Frauen. Wenn eine Frau das fragt, dann ist das ein Interessensbeweis. Okay, mehr nicht, ein Interessensbeweis. Wir in unserem Mindset des Mangels denken, oh nein, ich mache was falsch, weil wir dann, wenn wir in einem Mindset des Mangels sind, wenn wir im Mindset sind, wenn wir alles durch die Linse sehen von ich bin nicht gut genug, dann werden wir auch alles so interpretieren als, oh, ein weiterer Beweis, das heißt, dass ich nicht gut genug bin. Sie fragt, ob ich mich mit anderen Leuten treffe, ich bin wohl nicht gut genug. Nein. Wenn wir anfangen, das Ganze aus der Brille zu betrachten, ich bin ein wertvoller Kandidat für diesen Arbeitgeber, für diese Frau, dann werden solche Flirtversuche auch als Flirtversuche gesehen und dann kannst du darauf auch flirtig antworten. Alles Übung, alles eine Frage von den richtigen Gewohnheiten, mein Lieber. Diese Gewohnheiten dürfen wir Stück für Stück etablieren, kommen nicht von einem Tag aufeinander. Dafür musst du dich echt verpflichten und sagen, verdammt nochmal, ich habe das die letzten 5 Jahre, 10 Jahre, 25 Jahre nicht hinbekommen. Ich habe die Schnauze voll, ich will das jetzt lernen. Ich brauche einen Coach, ich brauche einen Leitfaden, ich möchte jemandem vertrauen, wie das funktioniert. Ich möchte, dass die Leute das schon mir bewiesen haben, schon hunderte von erfolgreichen Kundenbewertungen haben. Diese möchte ich sehen, die möchte ich einsehen können, ich möchte Videos sehen, ich möchte alles lesen können, ich möchte sehen können, dass sie verifiziert sind. Ich weiß, das hat Hand und Fuß. Verdammt nochmal, jetzt will ich es selber lösen. Und dann findest du dir so einen Coach, kommst die kostenlose Flirt, die Budecharisma-Analyse oder was auch immer der anbietet und wenn du dem dann vertraust, dann machst du mit dem ein Coaching und dann klappt das auch. Aber du musst verpflichtet sein, musst sagen, ich ändere das jetzt. Ich weiß nicht wie, aber ich vertraue auf den Prozess, die wissen, wie das geht und ich werde das so machen. Ich vertraue auf die gemeinsamen Werte, die wir haben. Ich werde niemanden beleidigen müssen, ich werde nicht irgendwie mich selber zum Affen machen oder mich... Eine Rolle spielen müssen. Ich weiß nicht. Eine Rolle spielen müssen, mich verstellen müssen. Nee, das wirst du alles nicht müssen. Du wirst du selber sein dürfen. Und wer du halt wirklich selber bist, das weißt du in vielen Gelegenheiten einfach noch nicht. Wie mit dem Beispiel von, ja, dieser andere Typ, dieser andere Kerl, der schafft es immer wieder, Frauen zum Lachen zu bringen, aber ich bin halt nicht so wie er. Warum bist du nicht so wie er? Warum kannst du sie nicht auch zum Lachen bringen? Ist es, weil du nicht das Talent dafür hast? Oder, weil du ganz viele Zensurmechanismen im Kopf hast, die es dir nicht erlauben, auch mal sowas Keckes zu sagen oder sie zum Lachen zu bringen? Es ist Letzteres. Es ist Letzteres. Ich habe schon hunderte von Männern erfolgreich begleitet den Weg in eine Beziehung. Ich sage dir, es ist Letzteres. Es sind die Filter, die wir hier oben anhaben. Und die dürfen wir langsam, peu a peu abtrainieren und durch positive, selbstbewusstseins fördernde, ersetzen. Okay? Ist ein Prozess, den kannst du lernen, den kannst du heute anfangen zu lernen. Schau dir weitere Folgen an vom Podcast, wenn du noch nicht so bereit bist und du sagst, ja, hört sich gut an, aber ich bin noch nicht ganz im Boot. Cool, dann, wir haben so viel Content und es gibt es ja schon seit acht Jahren auf YouTube. Schau dir tausend Videos an. Ich habe heute geguckt, weißt du, wie viele Videos wir auf YouTube haben, Dominik? Irgendwas über tausend. 1716. Wow. Knock yourself out. Hab Spaß. Go for it. Aber mach es halt nicht zu lange, weil ansonsten bist du dann auch nur irgendwann vorm Fernseher und dann machst du halt auch nichts. Wir haben früher immer gesagt, 90% Praxis, 10% Theorie. Eine gute Mischung. Und wenn du die Theorie, wenn du die Praxis nicht alleine hinbekommst, dann in der Beschreibung findest du den Link www.flirtanalyse.de. Haben wir schon den fünften Schritt gesagt, denn der ist eigentlich ziemlich einleuchtend, wenn du dich schon bei ganz vielen Arbeitgebern beworben hast und du mehrere Angebote bekommen hast, wenn du also auf mehreren Dates bist mit unterschiedlichen Frauen und du merkst, hey, hier ist der Vibe ganz cool, sie gefällt mir, ihre Werte gefällt mir, ich habe ihren Wertekompass kennengelernt und es klappt einfach toll. Wir haben die selben Lebensziele, Lebensvision. Macht auch Spaß mit ihr. Wir können so eine tolle, tiefgründige Ebene miteinander gelangen und das scheint mir echt potenziell die Richtige fürs Leben zu sein. Dann solltest du auf jeden Fall noch eine Ausbildung machen an der Stelle und dich nicht für eine entscheiden. Ja, also, das wäre halt totaler Bullshit, wenn du dann sagst, ich bin immer noch noch nicht reif oder ich bin immer noch nicht gut genug oder bereit genug. Liebe ist eine Entscheidung, mein Lieber. Ich habe das auf der Flirtmasterclass live vor ein paar Wochen gesagt zu unseren Teilnehmern. Was bringt uns unsere ganze emotionale Unabhängigkeit, die Fähigkeit, die wir früher nicht hatten, Nein sagen zu können? Was bringt es uns, Grenzen setzen zu können, zu sagen, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich alles nicht, ich bin so frei und unabhängig. Wenn wir dann nicht die Freiheit haben, auch mal aus ganzem Herzen zu sagen, Ja, Ja aus ganzem Herzen zu dir. Wenn wir diese Fähigkeit nicht haben, dann sind wir nicht unabhängig. Dann machen wir uns was vor. Dann sind wir jetzt wieder ängstlich vor Abweisung und tun so, als wären wir unabhängig. Ja. Ja, Mann. So ist das. Also du entscheidest dich ganz automatisch dann auch für jemanden. Und normalerweise, also in der freien Wildbahn sieht das Ganze dann so aus, dass du vielleicht sogar zwei, drei Frauen gleichzeitig triffst. und es kristallisiert sich dann einfach automatisch mehr heraus, sodass du dich mit der einen öfter treffen möchtest. Und was meine ich damit? Es kristallisiert sich heraus. Es ist, du fühlst dich zu dieser einen Frau einfach mehr hingezogen und ganz automatisch triffst du mehr die Entscheidung, dass sie vielleicht dann auch noch den nächsten Tag bei dir bleibt. Du, du meldest dich öfter bei ihr. Ihr seht euch einfach öfter unter der Woche und weniger triffst du die anderen beiden Frauen. Es kommt ein Fluss. So ist es dann die, genau. Und das, das ist einfach vollkommen normal und das, das möchtest du ja auch irgendwie, also tatsächlich möchtest du das auch, dass die Frau diese, diese freie Entscheidung trifft. Und das sieht bei ihr dann vielleicht gleichermaßen aus wie bei dir, dass sie sich auch gleichzeitig mit, mit mehreren Männern trifft oder vielleicht auch nicht, aber du möchtest trotzdem, dass sie sich aus freien Stücken auch für dich entscheiden. Richtig. Das ist so wichtig. Also du möchtest halt nicht irgendwie, dass sie sich für dich entscheidet, weil, weil du jetzt der, der einzige Mann bist, der sie da seit einiger Zeit irgendwie mal angesehen hat. Genau. Es geht nicht darum, dass, dass wir alle ständig mit, mit tausend Leuten flirten und, und das Gefühl haben, so ich könnte jederzeit irgendwie jemand anderen haben. Es geht nur darum, dass wir wirklich wahrhaftig wissen, dass wir attraktiv sind und Optionen haben. und für jemanden, der das so lange nicht wusste, wie du wahrscheinlich, ist es wichtig, dass du das erstmal realisierst und das halt in der echten Welt. So, mein Lieber, da ruft auch schon der Nächste an. Ich habe jetzt gleich einen Coaching-Termin. Ich würde sagen, tu das, womit du der Welt noch lange erhalten bist. Du bist nämlich wertvoll und wir wollen nicht noch sehr lange in dieser Welt Gutes bewirken sehen. Also bitte, 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 wenn du gerade unterwegs bist, dann war vorsichtig.